Halli Hallöchen Leute und herzlich Willkommen zu einem kleinen Informationsvideo zu dem Minecraft Großprojekt. Nein, das wird nicht abgebrochen oder sonstiges. Nein, das läuft immer noch geil und es wird immer weiterlaufen noch momentan. Aber wir suchen, oder besser gesagt, ich suche noch vier weitere Leute. Wir sind momentan zu viert, wir brauchen noch vier weitere Leute. Drei Leute, die ganz normal mitzocken können und einer wäre, es wäre perfekt, es wäre wirklich perfekt, wenn einer dazu noch ein YouTuber ist. Also vier Leute, drei die normal zocken und einer, der noch aufnehmen kann. Der dieses auch mindestens auf 720p und 30fps, das sind die Standards, hochladen kann. Muss nicht täglich sein, aber wenigstens mit aufnehmen kann. So, haben wir nämlich zwei Sichten. Nur müssen diese vier dann folgende Kriterien erfüllen. Sie dürfen ganz normal mitzocken, alles so ganz locker, chillig, gewillig, 1, 2, 3. Aber sie dürfen dieses Projekt von Sascha, also dieses Megaprojekt, was er da baut, nicht irgendwie zeigen, sagen, machen und irgendwas darüber verlieren. Kein Wort. So. Das ist eine Prämisse. Sonst Spaß, Spaß, Spaß und in der Zeit gerecht arbeiten, weil wir sind bei über 60 Folgen und wir haben nicht mal 50% der Medievalzeit fertig. Und das ist ein bisschen, ja, ich wollte doch schon was Geiles haben. So, ist schon alles machen, wir sind auch schön am Bauen, aber wir kommen halt slow voran, weil wir momentan nehmen nur Minigambo und ich auf. Oder beziehungsweise ich nehme auf und Minigambo ist nur dabei und das ist halt wirklich so zwei Leute und dann wollten wir gerne, oder ich würde gerne Versteckung haben wollen. So, ganz unten Link, äh, ganz unten, naja, in der Videobeschreibung ist ein Link zu einem Google-Bewerbungsformular von mir, was ich erstellt habe. Also, ähm, da könnt ihr raufgehen, wenn ihr Bock drauf habt, ähm, der YouTuber, also ihr werdet dann sogar gefragt, ob YouTuber seid oder nicht. Und, äh, wir werden uns dann drei Leute rausnehmen und einen, der YouTuber ist, beziehungsweise der aufnehmen kann und uns auch hochlädt. Ähm, ja. Raussuchen, euch nehmen, anschreiben, euch die IP geben. Also irgendwie irgendwas hergeben, also außer, und jetzt folgendes, keine Telefonnummer, sonstiges reinschreiben, irgendwo, wo man euch erreichen kann. Sprich, Steam, einen Link zu eurem Steam-Account oder, ähm, Twitter, Facebook, wenn ihr eine Seite betreibt, also eine Fanpage betreibt, geht das auch. Ähm, aber keine direkt Facebook-Direktseite, also bitte nicht eure Privatform und Nachnamen wollte ich nicht haben. Würde ich nicht haben, würde ich gar nicht wissen. Ähm, aber irgendwo, wo man euch erreichen kann. Steam, Skype, sonstiges. So, das ist so ein Minimum. Oder TS, ein TS-IP, wo ihr perfekt drauf immer drauf seid oder sonstiges. Das wäre halt perfekt. Ähm, wird alles nachgefragt und könnt ihr alles eintragen da unten. Ähm, ja. Das ist so meine Sache, die ich halt noch haben möchte. Das sind drei Leute plus einen noch, der mit aufnimmt, also vier Leute. Vorbereitet ist die ganze Sache sowas, sowieso gar schon, aber jetzt kommt ihr. Wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr Lust drauf habt, sonstiges bewerbt euch. Der Link ist, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Eure Minecraft-Namen bitte geben, weil dieser Server auf Whitelisted basiert ist. Das heißt, es gibt kein Passwort, aber Whitelist gibt es. Ähm, das heißt, euren Minecraft-Namen dazu dann auch mit reinschreiben. Und wenn es klar geht, haben wir bald vier weitere Leute, sind acht Leute insgesamt und können was richtig Episches zusammenbauen. So, der YouTuber wird auch sogar noch zur Seite genommen von mir und wird, äh, nochmal kurz, kurz, äh, wenn er jetzt nicht gerade die oberkrassen Skills hat, bisschen was gezeigt, äh, wie man aufnehmen kann oder was auch immer. Oder was für Programme man nutzen könnte, um dass es gut läuft oder sonstiges oder schnell, schnell die Dateien haben kann. Ähm, der kann auch einfach immer nach 20 Minuten sogar cutten. Das ist von mir sogar auch erlaubt. Das ist mir relativ egal, wie man das auch nimmt. Aber der YouTuber wird ja nochmal zur Seite gezogen. Ähm, und nochmal drüber gequatscht. So, aber wie gesagt, es ist nichts Schlimmes, jetzt zu sagen, okay, ich kann aber auch hochladen, ich kann auch wieder rendern oder sonstiges. Zum Beispiel Minecraft-Aufnahmen, okay, gut, momentan rendere ich sie. Aber ich könnte auch immer nur 20 Minuten Parts machen und ich könnte sie dann so hochladen. Da gibt es Tricks für. So. Das war es aber erstmal. Ihr habt gesagt, wenn ihr darauf Bock habt, unten, Videobeschreibung, wer, wer bin. Und, äh, in einer oder zwei Wochen sollten wir dann diese Sachen haben. Wie gesagt, euch irgendwie eintragen, wo man euch erreichen kann. Definitiv, weil, ja, ja, Link zur Steam-Community oder sonstiges oder hin und her, ja, oder nur den Namen bei Steam. Dann aber bitte darauf achten, dass ihr den Namen nicht ändert. So, bevor das Video jetzt aber ausachtet, ich würde sagen, bis dann noch da rein und Cheerio. Bewerbt euch.